Niki, kennt ihr noch Niki? Sie hat aufgehört, die macht nichts mehr. Der Künstler-Dame hat sich nicht mehr getragen, seitdem man zum Niki-T-Shirt sagt. War ein Scheiß-Name. Wollte nicht mehr auftreten. Unser Krusty, großer Fan gewesen von Niki. Wir wissen ja noch, wie die aussah. Sie hat ja so Forme kurz hinten lang. Eis, jetzt um die Zeit. Da müssen wir jetzt eine Pause machen. Pass auf, ich werde ein bisschen überbrücken. Du isst das schnell. Und zwar... Wie gesagt, unser aktuelles Studio-Album, Rock'n'Roll Baby, wer das noch nicht haben sollte, habt ihr gleich in einer kleinen Pause die Möglichkeit, dieses zu erwerben. Übrigens, dieser Mann hier, das ist ein ganz, ganz wichtiger. Zeig mal ganz kurz das T-Shirt. Soft Ice for the Firebirds, das sind wir. Der Mann, seit Jahren produzierte das Soft Ice ausschließlich für uns. Er ist pleite, aber glücklich. Einen kleinen Applaus, bitte. Ich kann jetzt aber nicht. Kannst du es ganz kurz kurz hinten nehmen? Oh, für die Kinder. Kommt hier, schönes Eis. Noch ein Kind, kommt hier drüben. Da drüben ist noch eins. So, möchtest du ein Eis? So, jetzt ist das Eis weg. Nicht so schnell, wir teilen uns dann rein.